Die Post in der SPÖ geht ja munter weiter. Es wurde kürzlich bekannt, dass auch der Herr Deutsch seinen Post nur als Bundesgeschäftsführer der SPÖ zurückgelegt hat. Man hat also die Deutschpflicht in der SPÖ ganz offensichtlich abgeschafft. Und da gibt es auch einen Ausschnitt von einem Interview im Rahmen der Niederösterreich-Wahl, bei dem ich das bereits antizipiert habe. Ich habe damals gesagt, dass ich glaube nicht, dass der Herr Deutsch derjenige ist, der nach weiteren Wahlausgängen mit mir gemeinsam hier kommentieren wird. Und ich hatte vor Monaten schon recht, aber mehr dazu in dem kurzen Ausschnitt, der gleich folgt. Es stellt sich ja für mich vielmehr die Frage, wer sind in Zukunft noch Verhandlungspartner in der SPÖ? Also wir wissen nicht, wie lange Ihre Obfrau jetzt tatsächlich noch Bundesobfrau sein wird, der SPÖ. Ob es da nicht jetzt irgendwann einmal einen Tausch gibt nach der nächsten Wahlschlappe in Serie. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer morgen dann derjenige sein wird oder diejenige sein wird, mit dem man bei der SPÖ verhandelt. Ich weiß nicht, ob der Herr Deutsch noch da sitzen wird dann in Zukunft, aber wir werden das alles sehen. Ich spüre, Sie wollen moderieren, weil Sie die Fragen direkt an den Herrn Deutsch schießen. Sehr gerne, aber bitte. Am 23. April werden Sie da sitzen und sagen Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Ja, natürlich. Warum der Herr Deutsch zurückgetreten ist, darüber kann man natürlich nur spekulieren, was jetzt die vermutete Manipulation bei den Wahlen, die schlussendlich trotzdem nicht geholfen hat. Er ist ja ganz kräftig mit der Leiterin der Wahlkommission ins Gericht gegangen. Oder war das Friendly Fire, das jetzt rechtzeitig vor dem Parteitag mit dem Herrn Babler kommt, sozusagen auch der letzte Gruß und das letzte Dankeschön an seine alte SPÖ. Wir werden es nicht erfahren, fragt es aber, dass er aus dem Rennen ist. Aber insgesamt kann man ja von der SPÖ vieles lernen, vor allem im Zusammenhang mit Nest beschmutzen. Wir erinnern uns an so Dinge wie die Waldheim-Affäre, da war die sozialistische Internationale schon aktiv und ist also darum gegangen ist, die Regierung der SPÖ auszubauen und einen Bundeskanzler der ÖVP nahesteht, nämlich den Kurz-Waldheim auszubremsen. Da hat man halt diese Waldheim-Affäre mit internationalen Kontakten vom Zaun gebrochen. Was ähnliches ist übrigens auch passiert, dass im Jahr 2000 die FPÖ in die Regierung gekommen ist. Auch da hat man über die sozialistische Internationale die EU angekurbelt und aufgescheucht im Zusammenhang mit unserer Regierungsbeteiligung. Das hat damals dazu geführt, dass wir bekanntermaßen die drei Weisen im Land hatten, die kontrollieren mussten, ob in Österreich eh niemand mit Reiterstiefeln und Stechschritt sich irgendwie durch die Republik bewegt. Fakt ist aber auch, dass es ein unglaublicher Schaden am internationalen Image Österreichs gewesen ist und auch da war das niedrige Motiv dahinter eigentlich nur, jener politisch besser auszusteigen. Also wie gesagt, punkto Nestbeschmutzung kann uns die SPÖ einiges vorlegen. Und ja, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, da wird das zur Not auch in der eigenen Partei durchgezogen. Ich habe es vorher bereits erwähnt, also pünktlich vor dem Parteitag, wo ja Tosko zielt gegen Babler antreten wird. Ob es jetzt wen Dritten gibt oder nicht, steht ja noch in den Sternen. Aber pünktlich zu diesem Zeitpunkt tauchen natürlich auch einige Videos vom Herrn Babler auf. Und da muss man eines schon dazu sagen, weil natürlich gehört ein gewisses Maß an Gespaltener Persönlichkeit dazu, wenn man zum Beispiel auf der einen Seite vor nicht allzu langer Zeit noch davon spricht, dass man ein glühender Marxist ist und ja, kurze Zeit später dann eigentlich kleinlaut zugeben muss, dass er das jetzt so nicht sieht und dass er doch kein Marxist ist. Aber ein Video war ja noch viel besser und zwar, dass das seit kurzer Zeit zirkuliert und dass ja auch über den Kanal Neue Normalität bekannt gemacht worden ist. Und zwar ist es das Video, wo der Herr Babler davon spricht, ich glaube, das war ein Gespräch mit dem Herrn Fussi gemeinsam, auch ein SPÖ-Berater, wo er also darüber spricht, was er von der EU hält. Und da gibt es schon Dinge, die er dort gesagt hat, da kann man sich fast ein bisschen anschnallen, denn er spricht davon, dass die EU nicht leiden kann. Und er hat sich auch der Bewegung gegen die EU angeschlossen, weil er dieses Konstrukt aktiv bekämpfen wollte. Er hat davon gesprochen, es ist ein neoliberales, kapitalistisches, protektionistisches, US-amerikanisches Konstrukt der übelsten Sorte und der übelsten Art und Weise. Und dann hat er noch davon gesprochen, dass es das aggressivste außenpolitische und militärische Bündnis sei, das es jemals gab. Schlimmer als die NATO. Das ist das, was der Herr Babler in seinem Video gesagt hat und jetzt gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Also entweder er wird von den Genossen dazu gedemütigt, diese Aussagen wieder zurückzuziehen und das ähnlich wie bei dem Marxismus zu begradigen. Oder, na es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, oder er wird einfach aufgrund dessen nicht gewählt. Oder es wird die SPÖ zur SPÖ Plus, so ein bisschen ins Marxistische schillend. Und diese SPÖ Plus, die hätte ja dann zumindest, was die EU-Politik betrifft, doch einige Berührungspunkte oder gemeinsame Kritikpunkte mit uns Freiheitlichen. Und da stellt sich dann wieder die Frage, also wenn die SPÖ unter Babler eine SPÖ Plus wird und diesen EU-Kurs weiter behalten kann, ja dann muss ja wohl auch der Blockadekurs im Zusammenhang mit der FPÖ enden. Dann muss ja die Ausgrenzung aufhören. Also ich bin gespannt, was sie den nächsten Tag bringen. Bin den Genossen aber jedenfalls dankbar für die tägliche Belustigung aus den eigenen Kreisen. Also ich bin gespannt, was sie in den nächsten Tag bringen. Vielen Dank.